Hey! Hey! Was machst du denn da? Ich surf gerade durch die VL-App. Ach was, ich dachte die gibt's für dein Betriebssystem gar nicht. Doch, die gibt's jetzt auch für dein Android-Phone. Aha. Testet sie doch auch und ähm, tragt eure Lieblingsserie immer mit euch. Cool. Mhm. Krieg mal ein Haar drauf. Ja.